Thomas, wir sind hier heute auf dem Corporate Learning Camp 2015 in Frankfurt. Ein großes Thema ist das Thema soziales Lernen und On-the-Job-Training. Du hast ja eine Session dazu gemacht. Vielleicht willst du kurz mal sagen, wie so dieses Thema aufgenommen wird. Und ihr als SAP bietet da ja auch entsprechende Lösungen an. Ja, danke Volker. Hallo zusammen. Ja, die Session heute, da ging es um ganz unterschiedliche Themen. Eins war Performance Support, wo man eben bei der Arbeit, während der Arbeit unterstützen kann. Als natürlich besonders einfach in Tätigkeiten, die nah am Bildschirm sind. Da kann ich mit Assistenten, mit Navigatoren unterstützen, dass ich nicht mehr auf Halte trainieren muss, sondern wirklich im Kontext, in der Situation eben die Information zur Verfügung stellen kann. Das ist auf jeden Fall ein Element, wo ich wirklich während der Arbeit lernen kann und weniger auf Halte formell lernen muss. Und Volker, du hast ja auch jahrelange Erfahrung im Learning-Bereich. Du bist auch SAP-Partner inzwischen, was ich super finde. Und wie sind denn so deine Erfahrungen im Lernen am Arbeitsplatz? Was ist da gut? Was bietet auch ihr an? Ja, also einerseits, natürlich geht es ganz klar in Richtung soziale Zusammenarbeit und Lernen, das miteinander zu verschmelzen. Und da bietet sich natürlich dann an, dass man in einem Unternehmen auch entsprechende Lösungen aufbaut für die Kollaboration. Ja, wie das ihr ja mit dem SAP-GEM habt. Auf der anderen Seite haben wir halt auch einen Trend zum Thema informelle Wissensvermittlung. Das heißt, wir müssen dann kombiniert mit der Zusammenarbeit von Teilnehmern auch Wissen bereitstellen. Da entwickelt sich so ein Trend Content-Kuratierung. Man also wirklich so wissensdienstartig Playlisten, Channels aufbaut, denen die Teilnehmer folgen können. Und dann kriegen sie vorgefertigte, vorstrukturierte Inhalte zur Verfügung gestellt. Das kombiniert miteinander informelles Lernen, Kollaboration und Performance Support. Das macht durchaus Sinn in Unternehmen in der Zukunft. Das unterstützt eigentlich alle Lernprozesse, die außerhalb vom formellen Training ablaufen. Eine Frage mal dazu, die wir auch diskutiert haben in der Session. Was rätst du denn hier, was so die ersten Schritte sein können, um mehr in die Richtung zu gehen? Also formell weiterzumachen, aber eben auch noch mehr On-the-Jop lernen und zu unterstützen? Ja, also ein ganz wichtiger Trend ist halt das Thema Connection, sich zu vernetzen im Unternehmen. Eine soziale Plattform aufzubauen und dann über entsprechende Projekte das zu unterstützen. Soziale Lernräume zu etablieren, Projektgruppen zu managen, die Communities aufzubauen. Und zum anderen halt sich zu überlegen, wie sieht eine Technologiewelt aus, die es unterstützt, dass ich viele Videos habe im Unternehmen, dass ich auch Inhalte kuratieren kann aus dem Web, also so ein digitales Mitarbeitermagazin aufzubauen, das mit einer Videoplattform zu verknüpfen beispielsweise. So sieht für mich eine Landschaft in der Zukunft aus. Ihr als SAP, ihr seid ja auch selbst unheimlich stark in dem Thema mit sozialen Lernräumen aktiv. Was habt ihr da so jetzt für Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht? Ihr habt ja 60.000 Mitarbeiter, die nutzen ja alle letztlich eure Technologie auch. Absolut, ja. Wir haben sogar inzwischen 300.000 Kunden schon drauf auf den Lernräumen. Ich meine, auch da sehen wir natürlich, dass es eine Reise ist. Es wird unterschiedlich angenommen, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Wir müssen auch die verschiedenen Rollenprofile da unterstützen, wie die Trainer ihre Rolle weiter auszubauen in Richtung Moderatoren zum Beispiel. Aber es wird absolut gut angenommen, jetzt praktisch nicht nur formelles Training zu haben, sondern eben auch noch, dass die Menschen diskutieren können, die Lerner gemeinsam Inhalte erstellen. Ich denke, immer mehr machen auch die Erfahrungen im privaten Umfeld und auch da prägt sich das aus. Was wir übrigens vorhin noch in der Session hatten, vielleicht nur ein Punkt, was ich interessant finde, natürlich sind die digitalen Elemente ganz wichtig, also auch wie Performance Support zum Beispiel, Prozesse zu unterstützen, aber wir brauchen immer ein Zusammenspiel. Also auch Lernprojekte, Jobrotation gilt es natürlich zu fördern und damit eben unser Joblernen weiter zu unterstützen. Ja, das war es von meiner Seite. Hast du noch Punkte? Okay, dann besten Dank und Hallo aus Frankfurt. Tschüss.